Morgen ihr Lieben, Nacht gut überstanden, da drin machen wir gerade nochmal die Nudeln von gestern warm und wir haben ja an einem wunderschönen Platz oberhalb der Straße hier und heute Morgen kam dann der Bauer hochgefahren und er redet gerade mit ihm und er meinte, wo kommst du her aus Deutschland? Ah, meine, die Schwester von meiner Frau ist auch in Deutschland und sie hat einen Franzosen, glaube ich, der ist auch so gelb wie du und hat so eine lange Nase aber wo genau sie leben, wusste er nicht ein fleißiger Mann hatte ja sein Argerl schön getrocknet jetzt gerade bringt der Heu ganz toll errichtete Stille und da wo wir stehen heute mit dem Auto das ist eigentlich sein Jurtenplatz, den hat er sogar betoniert damit er es so schön gerade hat kurzer Gruß und mal schauen, wie weit wir heute kommen ob wir heute vielleicht schon in Ulaan Pato sind Macht's das gut, ciao